ja hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen folge im ls 22 auf der map my pole mit version 2.0 ja gestern muss ein bisschen den hof anguckt aber heute müssen wir mal anfangen zu arbeiten dafür müssen wir uns mal lachen dann trecher umschauen dann ist ein angebot ne trecher nicht denn das soll ich sagen wir müssen auch ein bisschen was tun wir haben zwei felder geholt und die müssen auch bewirtschaftet werden sonst wird schlecht ich glaube hier hatten wir aber ja da hat man ein paar also ja schon die super spitzenklasse aber dafür nehmen den hier und ist ein mod könnt ihr die kapazität einstellen auf die kapazität da auf 15 k immer schon bei 22 sollte eigentlich schon fast ausreichen noch für für uns hier war es ist schon mehr als der anhänger kann da vielleicht nehmen wir hier 15 können ja immer noch nachstellen design absicherung ist wichtig ok 70 kann er hatte maschine haben wir schon zwei felder von daher kaufen wir auf jeden fall wobei wenn wir jetzt mieten würden pro arbeitsstunde 1400 anfangen wir würden einmalig mieten und das pro tag ja das ist ungefähr der prozent mehr das ist der prozent genau und würden dann für die stunde arbeitsstunde kann man auch mal 1094 zahlen also mir zu schnelle kann wir kaufen dafür müssen wir natürlich auch noch ein schneidwerk haben und das ist dann das hier und das ist dann das hier das ist 5 meter 10 und das ist so ein mittelding wäre schön gewesen aber kaufen ok und noch ein schneidwerk zu wagen ist hoffentlich auch hier unten ja schon sechs wagen für die die wir haben ich ruf mir mal ein taxi da sind wir schon ich glaube wir haben noch ein bisschen platz aber das ist natürlich jetzt auch ein trainier das ist natürlich auch ein bisschen das ist ein bisschen ich glaube ich habe das ist ein bisschen ich glaube ich glaube ich bin ich glaube ich habe Irgendwie jetzt hier drauf kriegen. Ich glaube, das ist draufgerutscht, das habe ich doch nicht so perfekt draufgelegt. Nichtsdestotrotz, wir haben es jetzt. Ist an, sehr gut, abgesichert sind wir und dann geht es los hier. 80, das habe ich nicht so schnell. Kupel geht. 26, okay. Dürfte aber reichen mit Anhängern. Sind ja auch gleich da. Das ist die Frage, ob wir den Schneidwerkswagen überhaupt noch benötigen, wenn wir auf dem Hof sind. Aber arm ist besser als brauchen. Später tut uns jeder Euro weh. Ja, viele hacken hier kaum Ausweichmöglichkeiten, aber noch haben wir keinen Verkehr gesehen, oder? Kann sein, dass der noch aus ist. Ja, da haben wir uns jetzt gut verfangen. in dem Leben. In dem Leben. Daher. Aber ist okay. So, einmal hier durch. Durch diese hohle Gasse wird er kommen. Ja. Ja. Ich auch noch mal schauen will, ob man überhaupt auf diese Wiesen kommt. Ja. Wir müssen ja dann auch da mähen können. Und da steht der Trecker. Da. Wo hänge ich denn jetzt? Was ist da oder was? Scheinbar. gut dass ich den größten drecher genommen habe das wäre ja was geworden hier zuerst sind ich würde sagen zum weizen damit wir die hühner schon machen können das wäre so meine prioren ungefähr hier lang wir müssten ja das testen um gerade zu gucken wo ich stehen muss immer dein kopf nach vorne das hilft ungemein beim trecher fahren ok das haben wir schon noch aufklappen sagte er sagt 5,1 aber es war ja nur 5,1, äh, 5,1 so ähm, versetzt in nee nee das jahren so, jetzt mal mal gucken, jetzt ist es hier äh weil es immer never weil es inaktiv weil es aktiv hoch ok ist auf jeden Fall schon mal da ist auf jeden Fall schon mal da ja ähm ja, fangen wir mal so, ne wer weiß, was es bringt mal gucken ähm ja, ist auch gut da kommt es auch raus der rast halt richtig hier, ne also ist halt ein Mord ja, mal, jetzt mal die folge wenn ihr hier ne ne ja, mal, erstmal die ja, mal, erstmal die Sollte Es scheint hier keine Linie zu geben. Und weiter geht's. so da müssen wir drauf gefangen sein ich glaube hier war das noch das nehmen wir auch noch mal mit fliegt da vorne nur so rein sehr schön da wird hier schön getroschen was das zeug hält ja da war schon mal den weizen dann auf jeden fall drin die hühner können sich dann auf jeden fall schon mal vermehren ok ja das stroh können wir gebrauchen das weizen können wir gebrauchen von daher finde ich alles gut kann ich auch machen hier vorne wurde jetzt lang haben hier unten schöne wendekante da ja aufsammeln ist noch mal ein akt aber ja krass heute noch mal gucken gleich schwere 20 minuten ja hier mache ich keine 45 minuten denn hier sollen halt wirklich folgen kommen die halt wirklich sich durch mal in der pause zu sehen sind oder so zwischendurch so kurz vor schlafen gehen wort er war sehr schön so kann man da gehen Da hat der Luft auch viel Strom. Okay. Jetzt haben wir das hier unten weg. Finde ich gut. Ich mach mal hier ein bisschen weniger auf. Auf 16 oder so. Gerade auf dem kleinen Feld. Gleich das wird größer. Oder zumindest beim nächsten Mal das wird größer. Ich mach mal hier ein bisschen mehr auf. 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 Und zurück. Jo, dann war das schon wieder die Folge für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Dann lasst noch den Daumen da und wir sehen uns zur nächsten Folge. Versprochen. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin.